Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war von nichts Scheiße, haben Sie keine Augen im Kopf? Augen schon, aber kein Augenlicht drauf, ich schaffe Man müsste so laut sein, man versteht ja sein eigenes Wort nicht Ich mag dich, aber das mit deinen grauen Freunden ist mein Ende Sind die immer bei Ihnen oder nur in bestimmten Situationen? Bedrohen Sie sich? Machen Sie ihnen Angst? Ich muss sagen, vor meinen Jungs habe ich wesentlich weniger Angst als vor Ihnen Die kenne ich schon ewig und weiß mit ihnen umzugehen Sie kenne ich überhaupt nicht So laut Wer ist das? Wow, Taxigott, Taxigott, heute meinst du es mal gut mit mir Wohin soll denn die Reise gehen? Wow, 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 wow Ich vermisse Mama Kennen Sie den Witz mit dem Blindenstock? Naja, zu alt. Das ist ein Witz mit dem Blindenstock. Das ist ein Witz mit dem Blindenstock. Das ist ein Witz mit dem Blindenstock.